Guten Tag, Final Cut ist neu. Was sagen Sie dazu? Final Cut habe die Ehre. Ich schneide Haare mit der Schere. Manchmal nehme ich auch das Messer, damit geht's auch hinten besser. Doch Audio, Video, DVD ist etwas, was ich gerne sehe. Und wollte wer einmal sowas machen, mit viel zu sehen und zum Lachen. So weiß ich, was ich ihm dann rate, natürlich nur das Final Cut.